willkommen zum physique evolution podcast mein name ist luis und bin hier mit meinem co-host daniele im iwo gym für die zweite aufnahme des tages in der ersten episode haben wir das gnbf wochenende rekapitulieren lassen wo ja ich mit meinen athleten zwei deutsche meistertitel ergattern konnte daniele du hast gesagt über das wochenende warst du erkältet hast aber auch vor kurzem deine diät beendet und ich bin dann auch schlagartig mit den kalorien wieder nach oben gegangen erzähl mal wie liefen da so die letzten wochen für dich also irgendwie merkwürdigerweise nach der diät erst mal natürlich wir haben die kalorien erhöht aber hauptsächlich nur die carbs und irgendwie dann krank geworden ich weiß nicht also ich will jetzt nicht alles auf das essen schieben was merkwürdig so obwohl man mehr energie hat mehr ressourcen mehr allgemein nahrungsquellen wo man sich halt noch mal mehr bedienen darf irgendwie mega empfindlich geworden ich weiß nicht hast du hast du da irgendwie ist es so normal oder ja was man ja immer so hört ist dass man nach einer stressigen phase krank wird dann wenn der körper in anführungszeichen so ein bisschen runterfährt das dann die krankheit ausbricht also hört man immer so von unternehmern das macht sinn so ich war die ganze zeit so on point keine krankheitssymptome gar nichts und dann ging 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 so die erleichterung los man kommt aus der diät raus und auf einmal knackt der körper so ein bisschen ein so alles ist ein ein bisschen eingefallen was auch immer so aber es waren nur paar tage oder ja es hat sich so auf zwei wochen verschoben dann drei tage echt schlimm war ich so echt am schwächeln und sowas mittlerweile geht es wieder aber merkwürdig tatsächlich merkwürdig sag ich mal in dieser phase wo man schon sehr geschwächt ist krank zu werden wird man eher wo man wieder gestärkt wird schwach krank was auch immer und konntest du trainieren wie hast du gegessen also selbst wenn ich krank bin gehe ich trainieren ja außer es geht nicht also ich versuche meinen körper immer herauszufordern aber und mit der zeit also ich weiß ungefähr wie mein körper funktioniert nie zu 100 prozent aber so ein bisschen immer abschätzen und halt schauen was geht ich finde es wichtig dass man testet weil nur wenn man testet weiß man auch was was man rausholen kann so da bin ich ein großer fan von auch wenn man verletzt ist oder sonst was weil man ist immer so bei ist also subjektiv kannst du dich zwar richtig schlecht fühlen aber performance mäßig kannst du trotzdem mega viel noch aus holen und da muss man halt schauen inwiefern ist das verkraftbar oder nicht und dann muss sich jeder so ein bisschen selbst einschätzen und besser kennenlernen aber ja dann habe ich eigentlich wie normal weiter trainiert bei welchen symptomen denn also wo hattest du jetzt also wenn ich krank werde dann kriege ich immer halsschmerzen ja dann gehst du trotzdem trainieren ja ich versuche dann einfach nur durch die nase einzuatmen das war aber auch problematisch weil die nase war zu und kopfschmerzen und dann ja so zum lück keine gliederschmerzen weil das ist das so das symptom was ich am meisten hasse dann trainieren zu gehen mit gliederschmerzen finde ich schrecklich macht auch keinen sinn wirklich ja aber so bei halsschmerzen oder bei schnupfen finde ich das eigentlich gar kein problem man muss halt immer schauen dass man nicht zu stark das kast kardiovaskuläre system beansprucht weil man kann auch eine lungenentzündung im schlimmsten fall bekommen und das ist halt glaube ich das schlimmste was passieren kann dann sich noch mal so sechs wochen bis vielleicht sogar zwölf wochen rauszuhauen ja auf jeden fall also ich bin da auch eher konservativer unterwegs also selbst wenn ich jetzt so halsschmerzen oder zu eine zu nase habe oder bin ich da eher vorsichtiger gerade wenn sich die symptome aufbauen sind meistens fängt ja eine erkältung so an dass diese symptome auftreten ja erst mal leicht auftreten und sich dann verstärken so hast du es ja auch erfahren dann richtig und gerade wenn sich die symptome am aufbauen sind versuche ich mit viel ruhe zu kontern wenn die symptome dann schon wieder abklingen und man dann auf dem weg der besserung ist und dann vielleicht noch leicht diese symptome entfährt da bin ich dann auch bei dir da fange ich dann persönlich meistens auch schon wieder an leicht ins training einzusteigen aber gerade wenn sich das ganze aufbaut da bin ich eher vorsichtig und das ist auch ein wichtiger punkt weil man sollte da auch vorsichtig sein und man sollte da nicht einfach blind einfach weiter draufhauen weil das sind wichtige signale die muss man auch wahrnehmen was ich halt dazu sagen muss jetzt von mir von meiner erfahrung aus ich fühle mich tatsächlich besser wenn ich dann trotzdem trainieren gehe ich weiß nicht wieso ich weiß nicht ob es einfach so ein personaler Bias ist den ich da habe ich glaube du musst ja auch irgendwo einfach mental damit zurechtkommen ich finde das immer super schwierig einfach mal nicht zu trainieren und einfach hinnehmen zu müssen dass man gerade nicht an seinen Zielen arbeiten kann und klar ich sag mal ich sag mal ist es besser für das eigene Gewissen wenn man weiß okay man hat jetzt das Beste getan aber ob es langfristig dann ob man dann auch wirklich produktiv was tut ist nochmal auch eine andere Geschichte ich weiß nicht ich mag es einfach trotzdem dann in Bewegung zu bleiben natürlich könnte man es reduzieren und einfach nur draußen spazieren gehen sich warm einpacken aber ich denke da gibt es einfach nicht den einen Weg jeder muss so seinen eigenen Weg aber im Endeffekt warst du dann zwei Wochen mehr oder weniger angeschlagen und die krassen Symptome die kamen dann ja erst noch genau die kamen so in der zweiten Woche so in der Mitte waren so drei Tage wo wirklich Katastrophe war da habe ich einen Tag gerestet den zweiten Tag bin ich trainieren gegangen der dritte Tag war der schlimmste und am vierten Tag ging es mir wieder besser also kann ich nicht genau sagen wieso das so war aber ja wer weiß wie es gewesen wäre wenn du schon bei Beginn der Symptome schon pausiert hättest ob es dann überhaupt so schlimm geworden wäre das ist natürlich immer der spannende Punkt aber da wissen wir glaube ich nie wie es gewesen wäre wenn man kann nur Annahmen treffen am Ende ich glaube man kann nichts falsch machen wenn man einfach restet ich glaube das ist so der safeste Weg so weil wenn der Körper wirklich die Zeit braucht dann sollte man dem Körper die Zeit geben und damit ist man immer auf der sicheren Seite definitiv also so mache ich es mit meinen Athletinnen auch immer also sobald sich Krankheitssymptome anbahnen wird der Trainingsstress reduziert oder sogar vorübergehend komplett rausgenommen bei der Ernährung versuchen wir natürlich dann auch wenn Stress hoch vorhanden ist beispielsweise jetzt ein Kaloriendefizit diesen eher einzudämmen und einfach die Nährstoffzufuhr zu priorisieren um da einfach alle Mineralien Vitamine eben auch abzudecken um einfach wirklich sicherzustellen dass man alles in seiner Macht stimmend tut damit der Körper sich da optimal erholen kann ein bisschen vom Gas gehen vorüber gehen ist glaube ich nicht verkehrt wenn ihr natürlich andere Erfahrungswerte habt oder euren Körper anders einschätzt dann gibt es mit Sicherheit auch andere Strategien aber ich glaube das ist wirklich der safest und der beständigste Weg auch um mit dieser Situation glaube ich umzugehen weil wenn man auch so logisch daran geht eine Woche zu pausieren ist nicht so schlimm als die ganze Zeit sich mitzuschleppen und zu verschleppen also dann dass man dann irgendwie einen ganzen Zyklus oder sonst was krank ist oder halb krank halb gesund dann lieber das einmal komplett auskurieren und dann wieder normal rein starten auf jeden Fall genau Kalorien wurden erhöht Gewicht ist um knapp 3 Kilo gestiegen seit Ende der Diät jetzt genau seit Ende der Diät das ist noch voll im Rahmen das ist voll im Rahmen ich esse gerade so 3,6 aber ich nehme aktuell nicht mehr zu die Frage ist wieso also vielleicht wir also mein Coach und ich wir schauen nochmal die Woche das Gewicht schwankt zwischen 86 und 87 steigt mal wieder bei 87 an dann fällt es wieder auf 86,5 und ja ist komisch also vielleicht muss da noch mehr rein vielleicht auch weniger Bewegung wartet mal ab also die Kalorienerhöhung ist ja noch relativ frisch richtig und aktuell fluktuieren ja noch viele Parameter wie zum Beispiel Glykogen, Speichermageninhalt, Wasserhaushalt im Körper natürlich auch durch eben Glykogen oder auch vielleicht mehr Salz demnach würde ich da ein bisschen abwarten nochmal den Gewichtsverlauf nochmal weiter beobachten weil was man ganz oft sieht wenn man von Diät in den Aufbau übergeht dass dann eben erstmal diese Fluktuationen stattfinden dass dann auch oftmals kurzzeitig nicht so viel passiert man dann die Kalorienerhöhung tätigt oder auch nicht und dann kommt auf einmal dieser Schub ja und dann ist man manchmal doch mehr im Überschuss als man eigentlich denkt deswegen gerade jetzt bei diesem Übergang glaube ich nochmal kurz innehalten was das hier zu tut ich denke halt Zeit ist der wichtigste Faktor auch einfach geduldig da rangehen weil es wird so erst die Zeit wird sagen ob es richtig oder falsch ist und am Ende des Tages so gesagt ich habe da jetzt nicht eine Competition wie bei deinen Athleten die irgendwie in ein paar Wochen stattfindet oder sonst irgendwas der Plan ist jetzt einfach ein Jahr noch im Aufbau zu bleiben was nicht viel Zeit ist also an sich ist die Competition ja schon irgendwo in Aussicht so langsam ist okay also wie gesagt Aufbau mindestens ein Jahr wenn nicht sogar zwei Jahre also deswegen ey das ist nicht viel Zeit im Bodybuilding im Bodybuilding nicht Bodybuilding Zeiträume sind wahnsinnig lang aber Augen schließen ist die Competition schon da von daher jeden Tag geht es raus aber freut mich dass es dir besser geht definitiv die Kohlenhydrate kommen an Leistung im Training geht hoch Energielevel ist höher gehe ich von aus Wohlbefinden ist besser Performance geht mega hoch ich habe jetzt die Gewichte nicht krass erhöht alle minimal und merke trotzdem dass da mega viel Luft nach oben ist und ich gehe da halt nochmal einfach chilliger ran weil ich weiß dass ich trotzdem da noch einen Reiz hervorrufe und steigere das dann peu a peu jede Woche und gucke dann so wo sag ich mal die Decke ist ja sounds good yes sir cool wir haben noch zwei Fragen richtig aus vorherigen Fragerunden müssen uns auf jeden Fall mal neue Fragen dann für die nächste Episode einholen wenn ihr auch Fragen habt könnt ihr uns einfach mal bei Instagram oder oder so schreiben und eure Fragen stellen was haben wir denn diese Woche ich würde direkt mit der ersten Frage hier einleiten die kommt von Chris Chris haben wir bei der GNWF getroffen ja schöne Grüße gehen raus haben wir übrigens habe ich auch noch weitere Podcasts Zuhörer und Zuhörerinnen vor Ort getroffen der Timo ist auch am Wochenende gestartet hat den Podcast über seine gesamte Vorbereitung gehört und sich alle Learnings eben rausgezogen niedergeschrieben und damit dann auch seine eigene Wettkampfvorbereitung bestritten komplett alleine ja genau stabile Formen gebracht Grüße gehen raus Timo alles Gute für die Offseason und die Birte die war Helferin bei der GNWF also war auch die ganzen Tage vor Ort und hat im Backstage alles gemanagt und ja sie hört auch gerne den Podcast also auch Grüße an dich Birte ey Shoutouts danke euch will auch bald auf die Bühne hat jetzt so ein bisschen im Backstage als Helferin da Bühnenluft geschnuppert mehr oder weniger und da natürlich auch alles Gute für die nächste Zeit jetzt zur Frage von Chris genau und zwar fragt er eine Frage an dich er fragt dich hast du damals als Personal Trainer oder Flächentrainer erst gearbeitet oder gleich als Online Coach angefangen ne bei mir ging es genauso los ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet das Ganze war begleitend zu meinem Bachelor Studiengang den ich damals gemacht habe das war ein duales Studium also ich hatte die Studienunterlagen zu Hause und dann regelmäßig Präsenzphasen vor Ort bei einem Studienzentrum mit Prüfungsleistung und habe eben nebenbei dann noch oder Studiumsbegleitend dann in einem Fitnessstudio gearbeitet und habe da auch mehr oder weniger die Trainingsfläche geleitet unsicher gemacht Leute eingewiesen Personal Trainings gegeben Trainingspläne erstellt und auch Kurse gegeben einzelt genau deswegen damit habe ich tatsächlich angefangen das war jetzt natürlich nicht so das Klientel mit dem ich jetzt langfristig zusammenarbeiten wollte deswegen habe ich mich dann eben auch als Coach dann selbstständig gemacht um dann halt auch wirklich die Leute heranzuziehen die eben auch ambitioniert sind und da ordentlich Gas geben wollen und das war jetzt in dem Fitnessstudio so bedingt der Fall glaube ich klar von bis gab es alles aber ja war auf jeden Fall eine coole Erfahrung hat mich natürlich auch dann gut auf alles was danach kam noch noch vorbereitet interessant wie sah so ein Arbeitstag von dir aus also als du im Studio warst gab es da irgendwie so eine Routine die du hattest oder war das war jeder Tag anders also ganz jeder Tag war relativ unterschiedlich einfach weil ich entweder in der Früh oder in der Spätschicht eingeteilt war und dementsprechend auch unterschiedliche Aufgabenbereiche eben hatte musste dementsprechend einspringen da wo wo es eben Arbeit gab hatte dann Termine Verkaufsgespräche oder eben auch Einweisungen Trainingsplan Optimierungen Kurse die ich gegeben habe das war immer so ein bisschen situativ je nach Wochentag und je nach Schicht die ich da eben antreten musste und ja wie als Student dann in dem Unternehmen auch so ist waren natürlich auch so Arbeiten wie Geräte putzen oder Thekendienst eben auch mit dabei also da führte leider auch kein Weg drumherum da war jetzt von durch trotzdem eine gute Erfahrung schätze ich mal ja also ich glaube das war schon und dann direkt als Online-Coach wie vielleicht würde den Christus noch interessieren als Online-Coach wie wie hast du den Transfer gemacht also wie wie hast du diesen Übergang vom sag ich mal Flächentrainer vom Personal Trainer in den Online-Personal Trainer Online-Coach gemacht also mein Vorteil beim Start des Online-Coachings war dass ich mir über die Jahre schon eine Reichweite auf Social Media vor allem auf Instagram eben aufgebaut habe ja auch auf YouTube hatte ich schon Jahre davor schon mit also sporadisch eben Videos hochgeladen und hatte dann als ich verkündet habe dass ich jetzt Online-Coaching anbiete auch direkt die eine oder andere Anfrage das war ein gutes Backup eben diese Social Media Reichweite und dementsprechend konnte ich als Coach auch direkt schon zu Beginn eben Erfahrung sammeln an vielen Individuen herum experimentieren ja und da einfach mein Skills halt eben erweitern deswegen diese Social Media Reichweite war wirklich ein großer Vorteil hätte ich die nicht gehabt dann wäre es natürlich schwieriger geworden der Start wäre deutlich langsamer gewesen und die Lernkurve wäre nicht so steil gewesen deswegen da muss man dann wahrscheinlich schauen wenn man aus einem Viertelstudio kommt dass man die Leute von der Fläche ins Online-Coaching idealerweise rüberholt musste ich jetzt tatsächlich gar nicht machen dass ich da dann gezielt die Leute da dann akquiriere sondern ich hatte halt die Leute eben online die dann das Coaching wahrgenommen haben stark und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage und zwar wenn du dann die Leute im Coaching hattest wie gehst du damit um wenn Klienten dein Coaching beenden ja das ist ist natürlich manchmal schade wenn sich dann so Wege trennen vor allen Dingen wenn du dann mit Leuten eine sehr sehr positive und innige Beziehung eben auch aufgebaut hast aber nichts ist für immer ja auch kein Coaching ich bin sehr sehr dankbar darüber dass ich tatsächlich noch Leute im Coaching habe die damals wo ich gestartet bin immer noch dabei sind also das ist jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahre her und wir sind immer noch glücklich und wir machen immer noch gemeinsam Fortschritte und das ist natürlich wunderschön aber auch wenn sich die Wege dann eben trennen ist das einfach ist ein Teil von der Laufbahn des Athleten und dann blickt man halt eben auf dieses Kapitel zurück und rekapituliert eben okay was hätte besser laufen können wo liegt noch das Potenzial des Athleten deswegen ich versuche dann da möglichst professionell natürlich mit umzugehen klar gewisse Emotionen schwingen da immer mit mal mehr mal weniger je nachdem wer da eben abgeht aber grundsätzlich versuche ich da dem Athleten der Athletin einfach für die Zukunft nochmal ein bisschen was mitzugeben und ja auch natürlich nochmal meine Dankbarkeit auszudrücken dafür dass sie sich überhaupt erst für mich entschieden haben und in der Regel kann man da hat man dann immer so ein weinendes Auge und ein lachendes Auge wenn man dann auf die Zeit zurückblickt und dann natürlich auch auf die Entwicklung schaut die das Individuum dann eben durchgemacht hat und die Erfolge die man halt eben gemeinsam produziert hat und meistens ist das dann auch irgendwo ja ein schöner Moment irgendwo dann einfach nochmal zu sehen okay das haben wir bis hierhin geschafft und dass ich eben auch dann einen positiven Einfluss auf deren Laufbahn als Athlet als Individuum als Mensch letztendlich auch nehmen konnte und dann genau können sich kann also kann auch ein Coaching mal beendet werden also wie gesagt nichts ist für immer und man versucht einfach aus der Zeit die man halt hat das Beste rauszuholen richtig ich denke das liegt auch nicht so in deiner Hand du kannst einfach nur dein Bestes geben alles andere darüber hast du keine Kontrolle du kannst einfach nur die beste Leistung geben dir die beste Mühe machen für deinen Klienten für deinen Athleten und ob da jetzt irgendwie dann das Coaching aufgelöst wird oder nicht das liegt ja nicht bei dir oder gab es schon mal eine Situation wo du das Coaching aufgelöst hast also es gab halt dann so Situationen wo man halt dann auch einfach klar thematisieren muss okay so wie es jetzt gerade läuft kann es halt eben nicht weiterlaufen wenn dann die Ethereance nicht eben stimmt die der Coaching Service auch nicht entsprechend genutzt wird einfach nicht genügend Kommunikation stattfindet da muss man dann natürlich dann auch auf den Zahn fühlen und zu sagen hey was ist hier los und dann entwickelt sich dann eben aus dieser Thematisierung des Problems dann eben dann auch dann daraus dass das Coaching dann einfach keinen Sinn mehr macht und dann trennen sich darüber auch die Wege aber ich will halt dass der Athlet dann auch diese Entscheidung oder die Athletin die Entscheidung dann natürlich auch selber trifft und selber versteht dass es dann jetzt auch nicht mehr sinnvoll ist also ich führe dem Ganzen so lange auf den Zahn bis dann halt die Entscheidung von der Person dann auch einfach selber kommt ne aber macht auch Sinn weil entweder sind Leute 100% dabei oder halt gar nicht weil wenn da jetzt nicht jede Woche oder einfach irgendwie eine Kommunikation kommt vom Athleten zu dir weil du brauchst ja die Information du musst ja immer einen Statusbericht irgendwie haben weil ohne Information ohne Feedback wie das Training läuft wie die Ernährung läuft sonst irgendwas kann ich nicht arbeiten wie willst du da arbeiten genau so das ist so stell dir vor du bist ein ein Supermarkt dann kommen Leute zu dir und du hast gar keinen Artikel so was willst du dem verkaufen du musst ja schon wissen so was braucht dein Athlet was hat der für Bewegchen was sind seine Ziele was sind sonst irgendetwas ohne Informationen richtig ja klar macht Sinn also da ist natürlich dann noch die Voraussetzung dass sich das Individuum dann auch dem Coachingprozess natürlich hingibt und mich als Instanz dann auch nutzt ja sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn ich will keine Karteileichen in meinem Worcester haben also das ist natürlich nicht der Anspruch vielleicht wollen Leute wollte der oder die einfach dir Geld geben jeden Monat mehr nicht mehr war es nicht vielleicht wolltest du helfen aber das war gar nicht die Intention nee aber du hast eben noch einen schönen Punkt gesagt ich gebe natürlich zu jedem Zeitpunkt einfach mein Bestes ja und wenn ich natürlich jetzt so die letzten Jahre rekapituliere und natürlich auch mich meine Entscheidungen meine Herangehensweisen reflektiere dann sehe ich natürlich oder dann dann sehe ich natürlich auch wie ich mich weiterentwickelt habe und dass ich natürlich zu jedem Zeitpunkt immer versucht habe mein Bestes zu geben aber dass mein Bestes jetzt mittlerweile im Vergleich zu vor zwei Jahren oder drei Jahren oder auch letztes Jahr noch mal was ganz anderes ist also ich sehe da bei mir einfach eine enorme Entwicklung eben über die Zeit einfach so viele Erfahrungswerte die ich eben sammeln konnte so viele einzelne Case Studies die ich jetzt auch betrieben habe dass man da auch sagen muss es ist immer so ein bisschen schade oder vielmehr hätte ich gerne noch mal die Chance Athleten von damals die halt früher abgegangen sind jetzt noch mal zu betreuen mit dem ganzen Skillset mit dem Werkzeug was ich jetzt eben aktuell habe dass diese Chance kriegt man aber meistens nicht zweimal wobei es schon öfter auch vorgekommen ist dass Leute dann kurzzeitig das Coaching beendet haben und dann auch wieder reinkamen und dann auch eben noch mal besser aufgestellt war also diese das ist natürlich auch immer sehr sehr schön wenn die Leute dann wiederkommen das Coaching leben wenn du kein Coach wärst was wäre also das würde mich jetzt interessieren sagen wir mal es gibt kein Bodybuilding was was wäre ein Louis Friedlingsdorf ohne Bodybuilding in einer Welt ohne das ist so schwierig weil das bei mir schon so früh anfing mit meinem ersten Wettkampf unmittelbar nach meinem Abitur dann mit dem Studium mit meinem Bachelor in Fitnessökonomie die Arbeit in dem Fitnessstudio Online Coaching was anschließend gestartet ist also ich müsste in der Zeit so weit zurückreisen und mir dann noch überlegen okay was was wollte ich oder was hatte ich noch für Leidenschaften als ich 18 war Tennisspieler ja Tennis da habe ich zu spät mit angefangen da wäre ich nicht talentiert genug also ich glaube so als Sportler hätte ich hätte ich nie eine erfolgreiche Karriere von mir gehabt also ich glaube dafür hat mir einfach so die Affinität und auch die Zeit einfach gefehlt ich habe früh angefangen mit Fußball habe dann sieben Jahre Fußball gespielt war jetzt nie so talentiert habe mich natürlich verbessert aber war jetzt nie so der Überflieger hatte nicht so diese steile Lernkurve wie vielleicht jetzt gerade so in den letzten Jahren Coaching ja Tennis war dann auch so war gut da wurde ich dann schneller besser aber auch da ist der Zug natürlich schon lange abgefahren also ich habe dann in so Wettkampfspielen dann auch gegen Jungs gespielt die waren dann irgendwie so halb so alt wie ich so ungefähr äh ich kann wie alt war ich da so 15 16 dann hast du gegen neunjährige Jungs gespielt so ja ja die da schon richtig gepusht wurden von ihren Eltern auch und so ne also im sportlichen Bereich glaube ich wäre es schwer geworden ähm ich weiß nicht wofür ich mich damals sonst hätte entscheiden können weil so damals war jetzt noch nicht so eine Passion für irgendwas außer ja Sport generell einfach gegeben ähm so jetzt mit der Zeit gibt es viele Themen die ich äh interessant finde auch zwangsläufig wegen meinem Beruf ja vielleicht wäre ich äh da würde ich wenn ich sag mal meine Karriere jetzt von wenn ich jetzt nochmal eine neue Karriere aufbauen könnte und es nicht Coaching im Sportbereich sein dürfte vielleicht wäre ich irgendwo in die Wissenschaft gegangen in die Forschung vielleicht wäre ich Steuerberater geworden vielleicht DJ wir haben es DJ I don't know du würdest den Herzen Hartzteil rauspumpen den es gibt auf der Welt eventuell ja genau in einem Parallel wobei weniger DJ eher Producer oder Producer beides ne beides kommt Fly Editor also gerade so Mediengestaltung Video Filming ja Kinofilme produzieren also auch ja auch geil also so alles was ich habe letztens Kinofilm ich habe letztens Avatar 2 geguckt ja boah geiler Film habe ich auch gesehen fand den ernüchternd wirklich ja wieso ich habe ich habe nie Avatar 1 geguckt ja dann dann wollte ich zu Avatar 2 gehen und dann meinte meine Freundin zu mir hey hast du überhaupt Avatar 1 geguckt nein haben wir Avatar 1 geguckt ja Hammer Film geil übertrieben geiler Film ich so wann ist der rausgekommen 2009 nicht so war das 2009 so 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 sah doch nicht 2009 aus das war wirklich verrückt das war für die damalige Zeit wirklich ein Wahnsinnsfortschritt also man muss auch so zurückdenken weil 2009 der Film sieht nicht aus wie 2009 es ist Wahnsinn 3D im Kino war der wirklich das war der beste 3D Film der zu dem Zeitpunkt raus war 3D gab es den ja 3D war damals 2009 noch absolut nicht ausgereift mit den komischen Brillen ja ja genau das war echt noch nicht so cool das war der erste Film der diese Effekte wirklich richtig gut genutzt hat das war so ein geiler Look wie gesagt Avatar 1 krass den gebe ich alle Blumen und der Welt aber Avatar 2 der war so ich will nicht spoilern wir können danach auch mal kurz reden wieso ich den nicht so gut fand der war gut aber er war lange das muss man sagen das war ja auch lang 3 Stunden 3,5 Stunden oder so ich fand die Bilder also insgesamt war schon sehr sehr schön also der Film war schön was ich an den Filmen mag so und wir sind jetzt wir sind kein Filmkritik Podcast oder Channel aber was ich an den Filmen mag so die Szenerie und diese ganze Welt in der das spielt mit den Stämmen und sowas und der eigenen Sprache Kultur und sowas das finde ich schon sehr sehr gut gemacht und sehr durchdacht da haben die schon echt sich gute Gedanken gemacht die Lebewesen die da leben und sowas die ganze Atmosphäre und die Regeln die da sind auf dieser Welt Hammer der Plot hat mir nicht so gefallen okay also es war wirklich der Plot sonst bin ich ein Fan davon ich mag so diese Idee war natürlich schwierig nach dem ersten Teil da nochmal weiter dran anzusetzen aber kein Spoiler an der Stelle kein Spoiler Leute gönnt euch eure eigene Meinung ein Film den ich mir diese Woche noch anschaue ist John Wick 4 oh ich möchte auch mal gucken John Wick 3 hat schon gut geballert also da ist jetzt nichts so mit groß Plot und Dialog und so da gibt es nur auf die Fresse da wird so mitgesprochen Pull the Trigger ey geil es wird Kugeln regnen Leute vielen vielen Dank fürs Zuhören danke danke beziehungsweise fürs Zuschauen für alle die die bei YouTube eingeschaltet haben richtig mit dem Code Hyper könnt ihr uns und den Podcast unterstützen nämlich bei eurer Bestellung bei evosportsfield.de mit dem Code Hyper wie gesagt spart ihr den Bestpreis auf die besten Supplements auf dem Markt und supportet den Podcast und zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify Playlist ich habe einen Track von Warface und Ruler Wahnsinns Collaboration Warstyle Segment der Track Name fällt mir gerade nicht ein aber ich packe ihn trotzdem einfach auf die Playlist Daniel was hast du ich nehme von Blast und Roddy Rich Passionate Hammer Leute wir hören uns bis dahin macht's gut Peace out Peace out Vielen Dank.